Wie bereite ich mich als Cannabis-Patient auf eine Verkehrskontrolle vor? Ich führe immer einen Nachweis mit, dass ich Cannabis konsumieren darf. Das heißt, entweder das Rezept oder irgendeine Bescheinigung. Ich nehme, wenn ich Cannabis dabei habe, nur die Originalverpackung mit. Keine vorgerollten Joints, keine anderen Verpackungen. Drittens, ich spreche mit der Polizei nicht über meine Konsumgewohnheiten. Kein Beikonsum, keine Alkoholgewohnheiten, kein Wort über die Konsumform.